Ein Deutscher ist im Allgemeinen ein freundlicher Mensch. Wenn zwei Deutsche zusammenkommen, gründen sie erst mal einen Verein. Dieser Satz karikiert etwas das Zusammenleben der Menschen in Deutschland. Aber wenn man Volksfeste sieht, wie das Burbergfest in Kirchberg, merkt man ganz schnell, dass funktionierende Vereine eine solide Basis für gelungene Feste bieten. Ein kurzer Rückblick auf den Festplatz am Samstag zur Kirchberg Classics. Menschen, Menschen, Menschen. Im Vergleich dazu ist das Gelände am Sonntagvormittag kaum wieder zu erkennen. Die meisten Stände sind noch beim Aufbau, Vereine und Schausteller wuseln und im Festzelt gibt es böhmische Blasmusik. Für viele Jahre war das die Stimmung am Sonntag. Doch entgegen allen Unkenrufen gibt es in diesem Land wirklich lernfähige Verwaltungen, wie sich noch zeigen wird. Auf der Freilichtbühne waren inzwischen die Vorbereitungen für den Chorwettbewerb in vollem Gange. Die musikalische Umrahmung bietet hier seit langem das Blasorchester des Christoph Kauppner Gymnasiums Kirchberg. Eigentlich könnte man das aber eher als Big Band bezeichnen. Man muss bedenken, dass es sich hier um Schüler handelt. Also ein ständiger Wechsel der Besetzung ist normal. Doch wirklich zu merken ist das nicht. Das Rödelbachtal ist auch mit Chorvereinen recht gut belegt. Und so kamen allein durch die Chormitglieder recht viele Menschen an der Freilichtbühne zusammen. Und Spaß an der Sache haben die sowieso. Dann noch einige Gäste, da kommt ein ordentliches Publikum zusammen. Und das haben sich die Sänger, wie hier der Volkschor Lieder Kranz Hartmannsdorf auch verdient. Am Rande ist die Bürgermeisterin dabei, die Funkengarde auf ihren Auftritt vorzubereiten. Denn der Wechsel zwischen Chormusik und Tanzeinlagen bringt diesen Veranstaltungsteil noch zusätzliche Würze. Auch bei den Kleinsten hatte Dorothee Obst alle Hände voll zu tun, um bei aller Aufregung die Steppkes an ihre Plätze zu stellen. Da seine Bürgermeisterin so mittendrin ist, ist in Dörfern und Kleinstädten eh nichts Besonderes. Richtig, ich bin also Mitglied im Sportverein SV Rödetal schon sehr viele Jahre, tanze dort selber aktiv in der Frauensportgruppe. Und habe auch für Nachwuchsarbeit gesorgt. Wir haben 30 Kinder jetzt, drei Tanzgruppentontiker, Minis, Maxis und die Look It. Und die trainiere ich jede Woche. Und das zahlt sich auf die Dauer auch aus, wie auf der Bühne zu sehen war. Inzwischen waren auch der Festplatz und das Festzelt nicht wieder zu erkennen. Die Kinder der Grundschule sorgten nicht nur bei den Eltern für Stimmung. Es wurden immer mehr Menschen, die den Sonntag auf dem Festplatz verbrachten. Ein fast schon genialer Schachzug, das frühere Kinderfest vom Freitag auf den Sonntag zu verlegen und daraus einen Familientag zu machen. Auch Clown Ferry hatte stets ein dankbares Publikum für seine Show. Wenn nicht der Zweite Weltkrieg vielen Festen den Garaus gemacht hätte, dann gäbe es dieses Fest schon seit mehr als 100 Jahren. Von 1881 bis 1939 gab es schon einmal ein Burbergfest. Dann war erst mal Schluss. Doch 1962 wurde die Tradition wieder aufgenommen und erfreut sich nun steigender Beliebtheit. Richtig, das ist eine große Tradition bei uns. Viele sagen natürlich zum Burbergfest, regnet es immer in Kirchberg. Aber man sieht, seit vielen Jahren ist uns der Wetter gotthuldig. Und wir freuen uns, dass wirklich jedes Jahr so viele Menschen zu uns kommen und wir auch neue Gäste begrüßen dürfen. Ein kleiner Snack zwischendurch tut nicht nur den Menschen gut. Auch die Pferde, die den Wagen für die Rundfahrt ziehen, müssen bei den sommerlichen Temperaturen einiges leisten. Der Begriff Familientag ist für den Sonntag recht gut gewählt. Für jede Altersklasse ist etwas dabei und viele Vereine können sich hier einem großen Publikum präsentieren. Denn von Landflucht ist im südlichen Landkreis wirklich gar nichts zu spüren. Auch wenn das kein Selbstläufer ist. Ja, es gehört viel Motivationskönnen natürlich dazu. Aber wir haben ganz starke Vereine, die nach Nachwuchs suchen, die sich sehr engagieren. Und das ist das Grundrezept, was man dafür braucht. Und mit diesem Rezept wird es hier auch weitergehen. Man kann gespannt sein, was sich die Kirchberger in den nächsten Jahren für ihre Gäste einfallen lassen.